Weinig-Grecon ist eine Tochter der Weinig-Gruppe. Die Weinig-Gruppe ist international tätig. Allein in Deutschland haben wir vier Produktionsstandorte, sind ein global agierendes Unternehmen und wir hier in Aalfeld sind Spezialisten für die Keilzing. Wir und unsere Kunden haben immer größere Probleme Personal für die Arbeit zu akquirieren, mal abgesehen von den Kosten. Mit einer Roboterlösung kann man dort ganz massiv Personal einsparen und das geht nicht nur um die Kosten decken, sondern mittlerweile auch darum, überhaupt eine Lösung zu haben, weil eben kein Personal verfügbar ist. Die Aufgabenstellung ist relativ simpel. Wir müssen ungefähr 200 Teile pro Minute von A nach B legen und die Teile dort vorher automatisch erkennen, also die Lage identifizieren und sehr exakt auch in einem Band ablegen. Wir haben die Vollunterstützung für die Inbetriebnahme zugesagt bekommen und auch geliefert bekommen. Das heißt, die Inbetriebnahme des Roboters, die für uns neu gewesen wäre, haben Kollegen von Ihnen mit unseren Kollegen zusammen gemacht. Wir sind kleiner, wir sind leiser und wir beschädigen das Holzensystem. Zusätzlich zu den genannten drei Punkten erwarten wir eine deutlich geringere Störanfälligkeit, weil der Prozess deutlich stabiler läuft als das doch recht komplexe System vorher. Wir mussten wenig neu entwickeln. Unsere Spezialisten aus der Automatisierungsabteilung sind es gewohnt, mit den Lenze Servotreibern zu arbeiten, kennen die Bedienoberfläche, also die Programmiereoberfläche und dort integriert sich diese Robotersteuerung ein. Das heißt, die Kollegen mussten neue Funktionen lernen, aber kein neues System. Abgesehen von natürlich einer guten persönlichen Betreuung, die wir schätzen, ist das schlagende Argument die Technik. Und die Programmiereoberfläche sagt unseren Kollegen zu, Funktionalität, Zuverlässigkeit, Service, das, was man von einem guten Lieferanten erwartet. Die Zusammenarbeit mit Lenze ist halt über Jahre schon sehr gut bei diesem Projekt nochmal vertieft worden. Man hat neue Mitarbeiter kennengelernt, der Firma Lenze, was auch alles hervorragend geklappt hat. Wichtig für uns war halt die Terminschiene, die Abstimmungen, die haben gepasst, aber auch die Zusagen und Demonstrationen. Wir haben die Leistung erreicht, die wir im Vorfeld genannt bekommen haben von der Firma Lenze. Also ich glaube, es geht kaum besser. Ich glaube, die Anforderung geht dahin, dass der Kunde sich immer weniger um Details kümmern will. Wir wollen eine fertige Funktionseinheit haben und wir machen mit unseren Maschinen aus schlechtem Holz gutes Holz. Also was gibt es Besseres als unsere Maschinen in dieser Zeit?